Wahrscheinlich, ja. So, wir blutzen und der Stream ist aus. Wett'n das? Stimmt. Dann komm aber bitte erst auf den Server, weil dann starte ich... Achso, okay. Dann mach ich schnell die Zeit nochmal auf direkt hell, damit wir von komplett starten. Uppsala. Okay, er kann nicht zugucken, hat er gerade gesagt, weil 5 Sekunden lag hat er manchmal. Ja, hat er mir vorhin schon erzählt. Ja, dann komm mal online, sag Bescheid, wenn wir auf laut sind. Wir sind auf laut. Verdammt, dann kann ich ja gar nicht mehr aufstoßen. Okay, ja gut, dann müssen wir es loslegen. Aber warte, ich hab noch etwas, was ich mal loswerden wollte. Das wollte ich immer am Anfang mal loswerden. Zack. Gott. Ja, nix? Nee, warte. Was? Dein Desktop oder was? I'm a creeper, Minecraft-Screen-Reaper, blowing up blocks like Al-Qaeda. I'm not a creature, that'll eat you, but I leave you petrified. Peek to revive, peach of mine, sweeper. Check out, break, lock, you die in the game. I'll find you're mine, number mine. Read another mine, it's mine, it's mine, it's keepers. Oh hi, I'm a creeper, so nice, nice to meet you. It's not the time, it's time to leave and tick-tock, tick-tock. Boom, 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 I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. It's gonna make my brain go boom, 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 I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. Boom, 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 I do what I want to, with a side mama. Tick-tick, I'm a suicide mama. I take control and I'm gonna keep a gating hole, belladonna, that'll take its toll. When I'm on a quest to invade, detonate your souls. Tizz like a lemonade and blow, say you better stay indoors. I'll refine your mind when you're mine at all. You'll be dying, lying in gold. Darling, what you crying for? Did somebody break your diamond sword? I'm the volatilest source, what a violent force. To the frightened Spartans, heart and hear the United talk. When it sees me tonight, we're dying indoors. Boom, 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 I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. It's gonna make my brain go boom, 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 I can't stop singing this bloody tune, 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 boom. It's official, a ballistic missile, couldn't get this whistle. I blow through stone like a six-foot chisel. So give it a shiver when you hear that sizzle. For shizzle, take a listen, it's infirmination on my mission. Death by demolition, if I don't, I'm home. There's a sign in my kitchen to describe why I'm missing. Gone fishing. White hot raps, I got stacks. Sometimes when I die, I drop tracks. I got a lot, us a lot, fight us, cats. But if I'm feeling nice, then I might not. Blah! Boom, 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 I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. It's gonna make my brain go boom, 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 I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. My hobbies and interests include going boom. No. So, jetzt starten wir mal Minecraft. Die ersten sind schon eingetroffen und schauen uns schon zu. So. Die ersten sind schon zu. Hallihallo! Ist ja cool. Alle halten sich an die Zeit und kommen rein. Finde ich geil. Finde ich geil. So. Max, hörst du mich? Ja. Supi. Erwartet ich auch schon. Ach, da bist du. Äh. Ach, da bist du. Okay. So. Was fängt er her, dass ich gespielt habe? Wo fangen wir an? Ich weiß es nicht. Verfordert. Du musst übrigens auch noch sagen, dass der, ihr, unser Pädopanda noch nicht da ist. Ja, der Pädopanda, der kommt etwas später. Er ist übrigens sehr verantwortlich, dass wir auf 7 Uhr geschoben haben, statt auf 8 Uhr. Und selber kann er jetzt nicht kommen. Auch eine geile Sache. Eigentlich hätten wir um 8 Uhr gestartet. Also ich würde vorschlagen, dass wir uns da kleine Insel oder hier das Fleckchen da schon mal irgendwie provisorisch abholzen und uns ein Häuschen und alles schon mal draufbauen. Ja, das ist eine kleine Insel da drüben? Ja, nein, das gehört alles noch dazu. Das ist... Ich tituliere das jetzt mal als Insel. Oh. Toll. Das ist der Intentativ. Ja, fängt super an. Ist toll. Ja, klasse. Also, hey, dass wir da schon mal... Ja, richtig. Dass wir hier schon mal ein bisschen anfangen und dann, äh, will schon mal die Grundressourcen alle uns besorgen, würde ich sagen. Ja? Ja, ich bin schon am Holzen. Ah, okay. Denkt dran, wir brauchen auch Futter. Wir müssen die Tiere hier und alle ein bisschen... Oh. Es hat gedonnert. Ja? Das war ein Verdammt, ich versuche uns meinen Sound zu bestellen. Der Wettlauf mit dem Lebenszyklus hat begonnen. Äh, wie baut man nochmal so ein, äh, äh, äh... Ah, warte. Crafted Table? Ja, ich bin... Ähm, Holz erst in Holzbretter machen und dann vier Holzbretter im Quadrat. Danke. War nur, war kein echter Nieser, es soll ja, äh... Ich glaube, das hat er verstanden. Ja, ich hab... Ich muss das auch schon mal beeilen, weil ich glaube, es wird schon relativ schnell dunkel hier. Ja, weil es regnet. Ja, deswegen. Und ich hab keinen Bock, dass wir jetzt direkt hier hochgehen. So, wo willst du das Haus hinbauen, damit wir in der Nacht in Sicherheit sind? Ja, willst du es schon da auf der Insel bauen, mit dem Stadtanfang oder so? Ja, ich nenne es jetzt Insel, da ist das komische Teil da vorne. Oder willst du, dass wir es hier draußen erstmal noch machen? Wir können es gerne... Vor unserem eigentlichen... Wir können hier eben unser Notlager... Hier so. Oder? Nein? Warte, warte, ein bisschen, ich muss sie erstmal sehen. Dülü, 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 ich spring, ich spring, dülü. Okay. Ich spring nicht so viel, das kostet Essen. Was kostet Essen? Da vorne sind sie schon. Was? Da vorne sind sie schon. Oh nein, sie... sie kommt. Ach, schnell. Ähm... Hast du schon ein Table? Ja, hab ich. Ja, dann stell' mal hin. Ähm... Hier. Oh, cool. Äh... Erstmal alles provisorisch, damit wir zumindest welche Nacht überleben. Hoffentlich. Wir brauchen ja nur zwei, äh, Ecken hoch machen, ne? Die kommen ja da nicht drüber. Ähm... Spinnen kommen hoch. Ach ja, stimmt. Ähm... Und ich mach hier mal eins weg. Damit die da drüber springen können. Du musst ja noch rein. Ja, wir können auch noch ein bisschen draußen bleiben. Ich will nur schon mal, dass wir nachher, wenn's zu kompuliert... Ähm... Eine Axt. Was für eine Tür soll ich machen? Ne, ja, ich hab nur den Stein da weggelassen. Ähm... Wie macht man sich eine Axt? Das war... Da brauchen wir mal vier Steinen. Krass, man kommt jetzt drei Türen da raus. Aus, äh... Hast du eine Axt, oder? Nein, aber, äh... Das war... Wenn man das macht? Ja, ich bin... Zwei Sticks übereinander und dann, ähm... Drei oben lang. Dann hast du eine Spitzhacke. Und eine Axt ist zwei Sticks übereinander und dann so ein Dreieck. Und dann so ein Dreieck. Okay, ich kann eine Schaufel noch machen, weil ich nur noch ein Holzstück habe. Dann, äh... Werd ich eben mal so mit der Hand noch verhören gehen. Oh, cool. Ich muss nur das eine Loch da noch zumachen. Das habe ich jetzt aufgelassen. So, ich geh nochmal schnell... Wenn du rausgehst, mach ich es bestimmt nicht zu. Wieso? Ich hab jetzt schon eine Tüle hingefahren. Achso. Ich geh schon mal ein paar Samen. Hier. Einfangen, damit wir schon Brot irgendwann mal bekommen. Äh, zwei Sticks übereinander hast du gesagt. Und, äh... Was willst du denn machen? Eine Axt oder eine... Eine Axt. Eine Axt und dann so ein Dreieck. Also oben links, Mitte links, oben Mitte. Da kommen sie schon. Ah, okay. Einen Stink habe ich schon hier. Oh, geil. Wir haben direkt schon eine Kartonmeln bekommen. Hammer. Was nennen wir? Es läuft, wa? Ja, jetzt kannst du... Meine Fresse donnert das wie Sau. Ist ja heftig. Das Wetter kannst du einzeln leiser stellen, ne? Nee, ist ja... Ist ja richtig... Macht ja... Ist ja richtig gut, aber... Äh... Oh mein Gott. Ja, die greifen wir. Noch tut sie nix. Noch tut sie nix. Oh, die stehen... Guck mal, wie viele hier schon im Feld sind. Creeper! 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 Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Geht doch. Ach, Sau. So, sollst du aber nicht zu weit weg gehen? Lass die dann noch in so einem Häuschen das bohren. Wir brauchen auch noch Kohle. Ich hole eben Kohle von drüben, ja? Ich komme gleich wieder. Juhu. Ich gehe nochmal, äh, da wo wir die Bäume gerade gefällt haben, die ich eben auch nochmal einmachen. Äh. Mit Holz auf Holz schlagen, das bringt's. Haben sich deine Zuschauer denn schon irgendwas gewünscht, worauf wir besonders eingehen sollen? Irgendwelche Gesprächsthemen? Heute, heute noch nicht? Ähm, äh, äh, ist denn irgendwas Aktuelles in der, äh, äh, in der, äh, in der Presse? Jetzt gerade so, wo? Keine Ahnung, ich hatte heute keine Zeit. Ja, ich auch nicht. Ich, äh, muss ich mal ehrlich gestehen, ich hab, ähm, bin wach geworden und hab mich erstmal um die Videos für morgen gekümmert, weil ich geb ja morgen für den Planet Hollywood die Videos wieder ab, die der mir gegeben hat. Und die sind kaputt gewesen zum Teil, da, äh, also ich konnte die zweite CD überhaupt nicht rekonstruieren, die läuft gar nicht. Mhm. Und die erste, äh, ja, das war ein Kampf von zwei Stunden, um, äh, daraus die Sachen rauszumachen. Und deswegen bin ich heute auch ein bisschen spät dran gewesen und ich, äh, muss morgen zum TÜV, deswegen bin ich morgen spät dran. Ah, okay. Okay. Ja. Ähm, ja. Das Wetter geht mir jetzt schon auf den Sack. Hammer, oder? Es ist oft gutes deutsches Wetter hier. Was haltet ihr von der Aktion rechts gegen rechts? Äh, politisch möchte ich gar nichts sagen. Das ist immer ein Fettnäpfchen, egal was man sagt. Ja, aber Religion ist auch immer ein Fettnäpfchen. Ja, Religion, äh, Politik und Geld. Das sind so die drei Sachen, wo ich normalerweise ungern drüber rede. Weil man strebt immer irgendjemanden auf den Schlips, egal welche Meinung man hat. Jetzt hab ich gerade eine Message bekommen, zumindest vibriert hier gerade alles. Also, war auf die König in unserer Gruppe im Chat. So, ich hab uns mal, naja, ich klopp auch noch ein bisschen Stein, da können wir direkt schon mal ein paar Sachen basteln für heute Nacht. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch nachher Weizen für die, ähm, Schafe, damit wir so schnell wie möglich Becken bekommen, damit wir auch hier nachts bleiben müssen. Erstmal Stein sammeln. Ach, es wird schon dunkel. Ja, natürlich. Also dunkler. Oh nein, das Holz liegt da. Da ist ein Zombie auf dem Weg zu dir. Ja, wir haben eine Tür, die übrigens keine Zombies abhält, ne? Ähm, ne, aber egal. Dann hören wir wenigstens, wenn sie kommen. Ja. Ah, wir werden sterben! Ich bring auch schon mal Kohle mit hier, ne? Für Päckchen und so weiter. Irgendwelche Games oder Bücher, die wir empfehlen können. Ja, also, äh, Games, ähm, was hältst du denn momentan von der neuen Assassin's Creed? Finde ich nicht schlecht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich gerade noch ein paar Probleme. Also ich persönlich, obwohl nicht nur ich, Jens auch, wir haben momentan ein paar Probleme, zumindest im Multiplayer, dass es ziemlich ruckelt. Weil ich... Obwohl unsere PCs...